Willkommen zu diesem Video Leute, heute mal ein bisschen anderes Bild wie ihr seht und vielleicht seht ihr auch schon worum es geht. Und zwar habe ich jetzt seit einem halben Monat oder einem Monat oder so immer wieder drüber überlegt und es auch vorbereitet und das und dies, dann habe ich auch Einzelnes bestellt und halt nochmal ein bisschen Änderungen vorgenommen und so und jetzt ist er erstmal online. Also ich hätte jetzt einen Shop bei Spreadshirt und wie ihr seht gibt es einige, ich habe jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht so viel, sondern ich habe erstmal nur ein T-Shirt für jeweils Männer, Frauen und Kinder und dann nochmal halt einen Pullover, also beziehungsweise ein Hoodie und einen Kinderhoodie und dann unten gibt es noch eine Tasse. Das sind erstmal alle, also das sind jetzt erstmal klein gehalten, weil wie schon gesagt ist es auch erstmal nur zum Testen und so, ob alles gut klappt und wäre jetzt online, das heißt ihr könnt, ich werde nochmal einen Link jetzt unten reinpacken und vielleicht auch als Infokarte, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet und es ist jetzt auch erstmal 15%, also weil ich den jetzt aktiviert habe sozusagen, ist für zwei Wochen, seht ihr hier, für zwei Wochen 15% Rabatt auf alles, das heißt, müsst ihr einfach mal reinschauen, wenn ihr wollt. Link, wie schon gesagt, ist jetzt in der Videobeschreibung und ich werde ihn auch nochmal hier einfügen und dann seht ihr das hier, ihr könnt euch aussuchen, hier habe ich erstmal jetzt die Drachenraute, also eine Schwertraute, also das Design hat mein Bruder und ich zusammen gemacht beziehungsweise und genau, da könnt ihr hier rein und dann könnt ihr euch das angucken, es gibt auch verschiedene Farben, die es immer hier zum angucken gibt und da könnt ihr durchschauen, das wäre jetzt wie schon gesagt erstmal für Männer, dann haben wir hier noch für, wir können auf alle Produkte nochmal gehen, hier für Frauen, dann haben wir auch nochmal, also hier ist auch noch eine andere Farbe mit dabei, könnt ihr euch gerne mal alles angucken und falls ihr euch was holt, was mich auf jeden Fall auch sehr freuen würde, ich könnte ja gerne auch, oder wenn ihr euch ein Produkt holt oder so, könnt ihr mir ja gerne, wenn das bei euch angekommen ist, ein Bild davon schicken oder so mit euch und so oder wie ihr es möchtet und dann würde ich euch natürlich auch gerne grüßen und so, auf jeden Fall, irgendwie bin ich aufgeregt, Leute, merkt man vielleicht an der Stimme, der Shop ist online, ihr kommt jetzt drauf, Link ist in der Videobeschreibung und ich habe ihn auch mit YouTube verknüpft, den müsste man theoretisch auch irgendwie unter meinem YouTube-Kanal dann finden, ich weiß nicht, ob das dann irgendwo angezeigt wird oder nicht, wenn ihr das findet, könnt ihr es ja gerne sagen, das wären die jetzt erstmal, ihr könnt ja auch gerne mal reinschreiben, wie ihr so die Designs findet, ob die euch so gefallen oder nicht, wegen meinem Kanal-Logo, also das, was es jetzt ist, das wird später auch noch als Design geben, aber das muss erst noch gemacht werden, dass das halt dickere Linien hat, weil die Standardlinien, die es eigentlich hatte, die würden nicht ausreichen, die sieht man kaum, also die sieht man schon ein bisschen, aber nicht sonderlich stark auf dem T-Shirt, deswegen werden die nochmal ein bisschen verändert und dann würde ich natürlich auch gerne um Rückmeldungen, also wenn ihr euch was bestellt habt und so, um Rückmeldungen allgemein freuen, wenn ihr mir Bescheid sagt, also ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Rückmeldungen gebt, wie ihr das findet und so, wenn ihr es euch holt und allgemein und wie schon gesagt, wenn ihr euch noch irgendwie ein Design oder so wünscht, könnt ihr es auch gerne reinschreiben, dann kann ich da bestimmt mal gucken. Genau, das wäre es erstmal gewesen, wie schon gesagt, Link unten in der Videobeschreibung und dann bis später, Leute!